Liebe Freunde, liebe Schien-Familie, der Harald-Urrich und das Brothal-Team bedanken uns bei euch allen, dass ihr hier seid. Harald, übersetzt bitte. Äh, nicht an meinen Brothal. Nein. First of all, thank you very much. Let me tell you, I've lost my English today, I don't know. So, the organizers, Ina and me, and the Brothal-Stuff, are very happy that we could arrange the whole thing here. It's amazing. I don't need this. Thank you very much for coming. This is great. And, special thanks to the Scandinavian girls, to travel a long way. Thank you very much for the others to come here. Special thanks to, hey, wie heißt es noch? Danni, Moni, for the flag, as you can see. Also special thanks to many bands, for the Chapitre, from Steve's Grave. Thank you for Roddy, Christine. Wissen die das? It's Gumball. Gumball. It's a special surprise for the band. So, ah, ich hab schon vergessen. Woher hat er gehört? Wir wollen an die denken heute, die nicht hier sein können, wollten, aus Krankheitsgründen, aus irgendwelchen anderen Gründen. Die wollen wir nicht vergessen, auf jeden Fall. Soll ich jetzt übersetzen? Hast du doch schon. Nein. Wir haben diese Plätze organisiert, weil wir Gotthard-Fans sind. Weil wir die Musik lieben, weil wir Steve gedenken wollen und weil der Nick begrüßen möchten. Wir hoffen, ihr hattet unvergängliche Tage in Osano. Ich finde, ich möchte mich heute allen bedanken für eure zahlreichen Postings in Facebook, für euer Kommen. Ich bin völlig überwältigt von allen Leuten, die da sind, die von der Idee begeistert waren, hier in Lugano und heute Abend hier in Lugano zu sein. Danke euch allen. Ja. Danke. Erstens, ich möchte mich jetzt noch einmal an den Hörer und die Hörer und die Hörer. Ja. 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 In German? Ja. 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 Baby, das war jetzt toll. Ja, ich war das toll. Ich wollte das auch gerade heute nicht machen, weil es auf образом war. ог ausDa bin ich nur butter путet Ja, ich habe Euch eben allen den Text hingelegt, ew VII, ls bzw. Das würden wir gemeinsam singen. Ja,-да Ich würde dazu vorschlagen, da ein Beispiel aufstehen, dazu. Ja-dee. Ich würde dazu vorschlagen, da ein Beispiel aufstehen und da zu. Ja. Weil, so, die Idee von mir war, dass- Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. That saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. What grace that taught my heart to fear. And grace my fears relieved. How precious did that grace appear. The hour I first believed. Through many dangers, storms and snares. I have already come. This grace has brought me safe. And grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be. As long as life endures. Yes, when his flesh and heart shall faint. And mortal life shall cease. I shall process within the veil. A life of joy and peace. The earth shall soon be soft like snow. The sun forbear to shine. But God who called me here below. Will be alone will be forever mine. Will be forever mine. Thank you.